Die werden irgendwann zu dir kommen und mit dir darüber reden. Sie werden dir sagen, was passiert ist. Aber das, was sie dir sagen, ist nicht das, was wirklich passiert ist. Ich habe nur versucht, meine Sache gut zu machen. Hey, hol diesen Typen aus der Restzelle und schaff ihn rüber in die Center Street. Habt ihr keinen Laufbuschen, der das erledigen kann? Ist ein Spaziergang. 118 Minuten, um den Zeugen 16 Blocks weit zu transportieren. Was soll dieser Stress, Leute? Das ist kein gutes Zeichen. Hey, schalt doch mal deine Leuchtreklame ein. Zeig den Leuten, dass du ein Bulle bist. Gib Stoff, gib Stoff! Es läuft glatt durch. Glaubst du das echt? Ich glaube, dass das Leben zu lang ist. Und durch Typen wie dich wird es noch länger. Hey Mann, ich habe einen Termin. Nein, für ein Bier ist es definitiv zu früh, Mann. Nein, 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 nein! Oh Mann, was musstest du da erledigen? Wir sind sofort gekommen. Du hast ganze Arbeit geleistet. Hast einen hügelen Typen an der Arme. Aber um den Rest kümmern wir uns. Der Kerl sollte aussagen. Er hat einen Deal beobachtet. Doch seine Aussage könnte vielen Cops schaden. Wir wollen diesen Jungen. Du musst nur einmal kurz wegsehen. Du änderst die Spielregeln, Jack. Zwischen Ihnen und mir stehen eine Menge Cops, die den Jungen tot sehen wollen. Hey! Wieso hast du den Bullen abgekleidet? Ein Bulle erschießt keinen anderen Bullen. Ich führe so eine Nullnummer wie mich. Ich hatte keine Wahl. Aus dem Weg! Willst du etwa für diesen Spinner draufgehen? Mit dir am Hals versuchen alle möglichen Typen mich umzulegen. Und zwar Typen, die du kennst. Ich bin dein einziger Freund hier draußen. Du weißt auch nichts von mir! Ich habe alle Zeit der Welt. Was ist mit dir? Hast du auch so viel Zeit? Du läufst rum wie ein Termineller. Menschen können sich ändern, Jack. Das überlebst du nicht. Eddie. Was ist? Du machst mich fertig. Das überlebst du nicht.